Wir sind jetzt schon erleichtert. Der Punkt auswärts bei Christian Tarek kann man mitnehmen. Jetzt erst mal erleichtert, aber im Gesamten schon etwas enttäuscht, wenn man das Spiel so betrachtet. Wir haben einen guten Trainer und ein gutes Umfeld. Eigentlich sind wir tiefenentspannt. Wir machen uns keinen Druck. Wir sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wissen, was wir können. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und wichtig ist einfach so eine Konstanz reinzubringen. Von daher, ich bin da zufrieden. Einen Punkt kann man mitnehmen und wir hatten ja auch ehrlich gesagt ein ganz schön starkes Auftaktprogramm bisher. Ehrlich gesagt, wir wollen darauf hinaus, ob wir aufsteigen wollen, haben wir uns nicht als Ziel gesetzt. Wir sagen wirklich, wir wollen uns weiterentwickeln. Gerade die jungen Spieler, die sollen sich durchsetzen und dann sehen wir mal, was wir mitnehmen können.